Hallo, Papa. Hallo, Schatz. Entschuldige, ich wurde aufgehalten. Hast du gar keine Blumen? Hab mich vergessen, tut mir leid. Was ist denn los? Jetzt wollen sie mich für eine Fernsehshow, in der Kinder dabei sind. Und bist du da wieder Claudia? Nein, diesmal wollen sie Monika. Das halte ich für eine gute Wahl. Claudia kenne ich ehrlich gesagt nicht, aber Monika ist eine tolle Frau und sie kann gut mit Kindern umgehen. Was hast du denn? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe Angst. Was meinst du, mache ich es oder nicht? Na, du machst es. Natürlich. Was für eine Frage. Du bist wie deine Mutter, die wollte auch ständig irgendwas Neues versuchen. Auch wenn sie Angst davor hatte. Ich konnte da nicht mithalten. Ich gehe jetzt mal Blumen kaufen.